Hi Leute und willkommen zurück zu Splatoon 2. Wir wollten heute noch den Cyber Run ein bisschen machen. Ich hoffe, der wird so spaßig, wie ich immer gehört habe. Und ich habe gesehen, man kann auf dem Menü unter Arenen nachgucken, wann die Zeiten sind. Also zur Zeitaufnahme, heute ist der 18. Und ja, da steht dann 18.8. von 2 bis zum 19. Das heißt, den ganzen Tag ist er hier geöffnet. Und dann gehen wir doch nochmal direkt rein. Ey, will ich gar nicht dir helfen. Äh, ja, ich möchte einmal spielen. Was denn? Ja. Kollegen werden gesucht, alter mein Kollegah. Wir haben 40 von 99 Punkten. Achso, ja, das ist ja aus dem Trainingsbereich. Okay. Ich hoffe, wir finden auch ein paar Leute. Unten sieht man auch schon, das zweite ist ein Helm. Und das andere sind Überraschungen oder sowas. Ah, Stairs ist da. Also, die Waffen kommen wir jetzt auch schon mal angucken. Das ist die Splatling. Dann, ich glaube, das ist der Kleckser. Der gute Kleckser, den wir auch im Rangkampf hatten. Den Pinsel und... Ich hoffe, wir kriegen die erste Waffe. Die ist nämlich die geilste. Das andere ist auch okay, aber... Na ja, gut. Ich glaube, die Waffen sind zufällig. Habe ich gehört. Noch mal was noch mal gucken, was dabei rauskommt. Salmonidendamm. Ich glaube, es gibt wirklich nur diese eine Map, die halt variabel gehalten ist. Wo verschiedene Sachen passieren. Was haben wir? Oh ja, sauber. Gut. Ich hoffe, wir haben jetzt ein bisschen die Aufgabe mit dem Fenster. Nein. Gut. Alles okay. Cool. Das sind ein paar kleine. Und schnappen wir uns natürlich auch direkt. Besser schon mal alle Wege einfärben. Ja, das sieht gut aus. Oh, oh, oh. Das war von hinten eingreifen. Genau. Ah. Sauberabend. Perfekt. Ich würde sagen, wir fällen in der Zeit noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob die kleinen wirklich wichtig sind. Ob die Punkte für uns alle gelten oder nicht. Oh, wo ist er? Da ist einer. Da ist einer. Ah. Da wird hier versteckt. Sehr schön. Die kriegen wir auch noch. Perfekt. Oh, oh, oh. Wo ist der? Nein. Siehst du das jetzt noch? So, ist recht. Komm zu Papa. Kleines Ei. Jetzt. Bring mir. Oh, voll zu langsam. Oh, Waffenwechsel. Okay. Das wusste ich nicht. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Kleines Battling. Ja, wir haben es geübt ein bisschen, aber. Ja, sind jetzt nicht so gut. Wow. Oh, wie ist das? So, wir haben unsers. Jetzt sind wir weg. Und, ja, komm, 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 komm. Oh, das ist ein Schitter. Das kann ich, dass es auch den Purs wechselt. Das war im Tutorial nicht angegeben. Also, wir können richtig schön Damage reinhauen. Das ist geil. Ja, guck mal. Das ist doch ein Fischfutter für uns. Ah, shit. Da war ich zu gierig. Oh. Wow. Ich bin schlecht mit dieser Waffe. Das Leute überlebt. Ihnen ist nur überleben. Drei Leute leben noch. Das ist gut. Ich denke mal, es geht dann gleich. Lebe, Junge, lebe. Jetzt bringen wir mehr. Ach so. Ah, okay. Jetzt muss man überleben. Das geht. Oh, der Pinsel. Der ist okay. Denk ich. So. Wo ist das denn da? Wo ist das denn da? Der hat seinen Startplatz. Das heißt, sie kommen wieder in diese Richtung. Glaube ich. Wow. Wow. Was war das denn? Okay. Okay. Das sind Granaten. War das so, ne? Ja, den haben wir. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Ja. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. ich denke dass wir eine vierte weil er mit jeder einmal jede waffe hatte glaube ich der nächste wo weg 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 wuha oha nein ich war der letzte oh shit das ist doch geschafft oder? Fünf von vier. Das ist der schönste Weg. Okay. Ach so, den Scanner, weil wir jetzt gestorben sind. Okay, proben wir es nochmal. Bisher ganz witzig auf jeden Fall. Dass die Waffen wechseln ist... Oh, fiese Sache auf jeden Fall. Weil wir kommen ja nicht so ganz mit jeder Waffe klar. Ah, das ist ein bisschen... naja, gut. Aber diesen Arbeitshelm hätte ich ja schon ganz gerne. Ich würde auch gerne wissen, was in diesen Bällen drin ist. Der Oma kann auch so lange spielen, bis man diese ganzen Secrets, also diese Bälle und diese Mütze da quasi alles hat. Also den Helm. Halt den ganzen Tag jetzt, bis man das zusammen hat. Gut, dann ist ja eigentlich egal, welche Waffen wir kriegen am Anfang. Das spielt doch jetzt eigentlich nur schwerer. Das ist eigentlich gut, wenn wir dann die Dosenwaffe zur Anfalle kriegen. Äh, eine gute Waffe zur Anfalle, so rum. Wo ist der... Achtung! Das hat uns losgegangen. Das ist ja schön. Der ist richtig gemein, einfach von oben, die ganzen Galaten kommen. So, hier kümmern wir uns und wir bringen das auch nochmal nach Hause. Also es müsste eigentlich immer einer ein bisschen hinten bleiben, gerade der mir jetzt Blattling, würde ich sagen, das will ich jetzt, der dann von hinten noch was draufhalten kann. So, zum Beispiel. So, schützt man unsere Freunde. Sehr schön. Die erste Weile haben wir noch gleich geschafft. Ja, perfekt. Ja, das läuft. Das gefällt mir. Ich denke mal, das sind vier Wellen, weil wir auch... Was haben wir jetzt? Ah, den Profi-Trackser, okay. Den hatten wir letzte Runde nicht. Oh, das Spielfeld wird kleiner. Was ist denn der Linker? Wie bist du? Ich wollte gerade fragen, wie er gestorben ist, aber... Oh mein Gott, war das knapp. Oh mein Gott, war das knapp. Oh mein Gott, war das knapp. Oh, lass das abgehen, genau. Zack. So eine Kleinkarte, also wenn die wirklich so klein wird, dann ist das schon ein bisschen Unterschied, ne? So, wir verraten uns mal kurz auf. Was machen die Kleine eigentlich? Ohhhh! Woah, 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 woah... Wo war das? supergeile reichweite mit der wasser leben alle alles ist noch was passiert eigentlich an die eier kommen auch ganz schnell habe ich will noch überleben sehr schön war das knapp das haben wir geschafft jetzt krieg ich vielleicht den pinsel oder die er passt es bleibt leider sind keine net das ist das wasser jetzt perfekt was ich ein bisschen dürfen dass das jetzt alles eingefärbt noch eingefärbt bleibt und ruhig vom wasser weggespielt werden können teilweise sind ja auch auflöst im wasser und so und man als würdling auch stirbt im wasser und so so wo müssen wir hin wo ist unser aber wenn es heißt wir werden das direkt wieder ein ich will ansonsten Freiraum nicht vergehen wer macht das eigentlich so die kleinen sind kein problem wo ist denn der große bin ich blind da ist was ich mach mal lieber hier für meine leute platz wir müssen das so jetzt wird es hart jetzt muss einer ja ich komme überleben dass wir überleben okay aber vorgabe war 6 und wir haben es nicht geschafft ein stapel macht nur Ärger weil man ihn ignoriert schade die Bewertung geht einfach nicht hoch Wettungsrate 100% das doch höher oder so machen wir noch eine Runde, sieht doch gut aus wir haben jetzt 50 Punkte, 100 brauchen wir für die erste Kugel oh das ist doch noch was goldenes oh da wüsste ich ja schon gehen was da alles drin ist bestimmt irgendwas richtig geiles 600 Punkte wir schaffen ja nicht mal überhaupt den Modus zu beenden eben fehlt uns ein Ei aber ich bin der Meinung wir hatten jemanden der noch ein Ei trug aber irgendwie hat das glaube ich nicht hingebracht sah jedenfalls aus für mich was ich noch nicht verguckt habe aber gut was haben wir als erstes für Läufer ah den Pinseln ok zack 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 ich gehe auch einfach ich muss nur rumlaufen so so wir sind die ersten die da sind ich bin jetzt noch volles Pfund aufs Maul wo ist der Turm da zack 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 so Leute wir müssen ein bisschen was anderes machen als da rum zu campen das war der ja ja die haben die anderen naja perfekt ich gehe auf den der kommt auch nicht nicht der ach so doch das ist der einfache noch so oh oh alter was ist einfach schön ja ich habe auch noch da hoch und abgeben jawohl 5 von 4 also die erste Runde ist echt leicht mit 4 ne und dem einfachen Weg nein in dem Sinne so dann holen wir uns den noch wo ist der nächste D ist einer oh ich glaube ich kann wen so jetzt laufen passt ach komm das schaffen wir das schaffen wir oh nein nein ah zu langsam haben wir uns geschafft diese blöde Volk hat uns gerade so aufgehalten ah Airbrush perfekt ok also in der ersten Runde den Pinsel zu haben ist gar nicht so verkehrt finde ich weil das noch reinfassen ist und die Pinsel ist jetzt nicht so mein Ding dafür selbst die Gatling äh das Blattling besser angehalten gut jetzt von vorne fahren wir wird oder abgelenkt und wir kommen dann ganz gut kann ja auf jeden Fall nicht haben wir sind zu viel das muss doch noch mal sein wir haben eine Bratpfanne das will er uns hey wow wir wurden von einem Winstling platt gemacht sei mini wow ok sehr liebenswert so und das haben wir schon weg ja das zweite Runde haben wir auch geschafft das hätte ich zu Winstling auch irgendwas groß machen können aber wenn ich mich zwei dreimal treffen bin ich auch tot stecken wir uns kurz hier ah komm wer ist die Kalina Selina ok wer ist überhaupt in meiner Gruppe ich sehe ich da uah ha 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 geschafft haben wir es na komm jetzt kommen wir mal Punkte ich glaube das ist auch nur für Punkte da aber um uns auch zu lenken halt gut was haben wir jetzt DMG ok ich hab gesagt ich wollte ein bisschen hinten stehen von weiten drauf halten was fehlt uns danach eigentlich wenn wir davon Insel hatten wir ja Braschen hatten wir auch Profi Kleckser wahrscheinlich so 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 los Leute ah was haben wir das doch sammelt den Scheiß ein so machen die das nicht das wird eigentlich schneller machen äh ja doch schneller pass das ist das ist gut falls ich mal in den Regen das verrate nein mein eigener stehen nicht so das war der gib den doch ab Fabio wow ähm 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 schmier geschossen was ist das Ding oh shit oh shit wir haben unsere 6 aber geschafft komm komm oh komm schon wir haben es wieder nicht geschafft so in letzter Sekunde nicht geschafft wow so war es darf es zurückkommen ich schicke ihn es gibt wirklich nur 3 Runden ok da haben wir jetzt noch mit der 4. Welle gerechnet damit jeder einmal jede Waffe hatte geschafft perfekt schauen wir mal wie viel Goldfisch da rumkommt ja äh 19 ja da kann man mit arbeiten tüchtig tüchtig so mag ich das ihr werdet es mal weit bringen so wie viele Punkte kriegen wir jetzt und werden wir aufgelevelt ja so schaffer Bewertungshaut nur 5% ok es geht also dann immer mehr Prozent hier weiter wir kommen oh gut ich beende hier mit dem Part und wir sehen uns dann beim nächsten Mal ciao